Na, wie geht's denn so? Und willkommen zu Play Infinity Das Spiel heißt Zombie und ich hab keine Ahnung was man machen muss Uh, Pistolen Ich mach Zombies killen oder sich gegenseitig killen? Ja Okay Ähm, sehr interessant Ähm, warum kommt heute ein Minecraft Video? Ich schaffe Secret of Animal and Batman heute nicht mehr Deswegen Ähm Dann Dieses hier Mhm Ich hab Hunger Ein interessanter Spielmodus Sehr interessant Oh Gott Oh Gott Ähm Ähm Aber Muni hebe ich mir mal auf Ähm Okay, ehm Ja Ich schaff ja wenn ich nicht mehr heute Sieger of Evermore und Batman zu rendern und hochzuladen. Oh, ich probiere mich nicht. Deswegen kommt ein Minecraft-Video. Es kam ja seit 3 Wochen kein Minecraft-Video mehr. WTF? Deswegen... Dieses Minecraft-Video. Und ich habe gerade Zombie gesehen auf Layfinition und dachte, ey, das testen wir doch gleich mal. Na, Zombie! Super. Uiuiui. Geht der ab hier. Ich kann nicht blocken. Was ist das? Heilung. Okay, ähm... Also... Müsste ich auch einfach mal selbst probieren. Oh, ja. Uau! Oh, was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Ich habe den Kopf. Ah, was ist das? Ich habe den Halt gesehen. Ich habe den Halt gesehen. Ich habe den Halt gesehen. Ok, kurz zu Regen, uuuh, ist ja richtig anspruchsvoll hier, keine Mummi mehr. Ah, ok, ja, ok, ok, habt ihr es verstanden. Wenn wir ein Zombie killen, kriegen wir wieder Zeit und ja, bis der Letzte überlebt hat. Ein ganz cooles Spielmodus, werde ich auf jeden Fall nochmal spielen mit Super Frank hier mal zusammen. Ähm, dieses Video ist ein kurzes Video, das heute überhaupt was kommt. Ähm, ich wollte nur sagen, dass ich einfach nicht dazu kam. Ich hoffe morgen komme ich dazu. Ähm, wenn nicht, nicht sauer sein. Spätestens Mittwoch werde ich ein Video von Secret of Evermore und Batman wieder hochladen. Man ist natürlich ein bisschen gerade, also Minecraft hat einfach mehr Aufrufe und ja, aber wir wollen Batman und Secret of Evermore natürlich nicht abbrechen. Das ziehen wir jetzt durch. Wir versuchen natürlich am Wochenende, ähm, ein Video rauszubringen. Ähm, Minecraft, das auch, wer mich wegen Minecraft abonniert hat, auch, auch Videos hat und ja, wir versuchen das. Also, was wir, ich möchte dieses Wochenende auf jeden Fall diesen One Piece Fight endlich rausbringen. Diesen One Piece Fight von Super Franky Sicht. Wir müssen dieses Wochenende schaffen. Wir basteln dann auch gleich, weil wenn dann Let's Play beendet ist, so Secret of Evermore oder Batman, wollen wir gleich Minecraft Demi starten. Ja, das wollen wir alle schaffen und ja, ich mache mir da auch manchmal ein bisschen zu viel Druck und dann schaffe ich wieder gar nichts und dann ärgert mich das, weil, naja, zu lang geschlafen oder sonst irgendwas. Es tut mir leid. Auf jeden Fall, ja, spätestens Mittwoch läuft es dann hoffentlich wieder normal. Ich möchte dann am, am Wochenende Samstag oder Sonntag dieses, ähm, One Piece rausbringen. Auf jeden Fall, ich habe vielleicht auch andere Projekte mal in Plan und vielleicht so Top Ten Sachen. Ja, hätte ich auch mal Lust, meine Top Ten von Anime, Charaktere, blablabla, ja, hätte ich auf jeden Fall Lust. Lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar, was ihr zu diesen Themen, was ich jetzt alles angesprochen habe, meint und tschüss.